Jetzt hast du was gemacht. Jetzt hast du wieder neue Aufnahmen gemacht. Ja Mann. Aber du schneidest schon ein paar Videos, ja. Wir haben noch nicht zu sehen. Was schneiden, Bruder? Wir schneiden spät, ja. Alles umgeschnitten. Aber wir drehen so, dass es so leicht ist. Wenn es zu spät ist, wenn er in den Knast reinkommt. Heute habe ich Dennis Perez ein Video geschickt. Exklusiv für Dennis Perez. Habe ich ihn geschickt, weil... Das sind nur diese Spanier, gell? Ich habe bei denen so gemacht. Aber das kittet die. Aber egal, können wir wechseln? Auf was wollte ich hinaus? Okay, ihr Abonnenten... Seine Cousine war mit mir jahrelang in gleich Klasse. Diese Gegenabonnenten. Bei uns läuft 364 Abonnenten. Ich bin schlafen gegangen, ich komme still auf. 361 Abonnenten. Ha! Dieser Hurensohn, der diese vier Accounts hat. Das ist seine Mutterficken. Bei uns kommt sowieso 11.5. Morgen oder immer morgen. Nicht wegen diesem Morgen immer morgen. Ich meinte, nächstes Jahr über nächstes Jahr. Mir scheißegal, wann er kommt. Ich will machen sowieso. Eins, zwei. Das ist türkisch. Wer sich uns betrügen, wir wecken euer Leben sowieso. Schmeckt gar nicht, oder? Ja, bei Bibi schmeckt es auch nicht mehr. Glaub es mir, dieses... Ich habe Bifi letzte Woche vielleicht gegessen. Ein ekelhaft. 100% Eier? Die müssten irgendwas schreiben. Saltschamaltschel, irgendwas. Nein, wir sollten mal ein paar Sachen machen. Aber meine ich doch, oder? Jetzt machen die da mit. Haben wir sowas? Aha. aber du bist von dieser follower wo ich gesagt hab ja ihr könnt ab abonnieren und wieder drauf abonnieren und wieder ab abonnieren ist doch uninteressant was denkt ihr eigentlich was ist für einen wert okay ein zweimal bin ich durchgerät bei facebook ich bin jetzt kameramann aber mein arm tut langsam weh alle weil muni hat die leute alle beleidigt es hat wieder allen gefallen zwei drei Tage habe ich die leute beleidigt für dinsen isstum gudan am los ja am 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 los was machen gudan was machen 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 im ganz körper guck motor ne geziyorsun jae zahmet seyahat auf jeden fall araba evde ne geziyorsun jaa Wir können Benzin sparen, deshalb brauchen wir die 2018er M5. Hatte, sagte mal. Ich habe den L-Laser verkauft. Wie viel hast du verkauft? 150. L-Laser hat doch keinen Lappen, Bruder. Hier in Lamboy läuft nichts mit Lappen. Bei uns läuft es nicht mit Lappen, bei uns läuft es mit Benzin noch. Mit Pfarrer. Guck mal, dieser Auto läuft auch nicht mit Lappen. Welcher Auto? Der ist da. Frag mal. Hat bestimmt keinen TÜV mehr. Guck mal hier, überall. Ja, ja, das gehört den Andi hier. Ja. Weißt du, wie gut ist? Baustelle. Baustelle-Arbeiter. Baustelle-Arbeiter, ja. Baustelle-Arbeiter. Tim, bloßes Kennzeichen nicht, mein Freund. Dann wissen die Leute nämlich, wo wir alles, unser Geld nicht mehr verdienen können. So, dann pickst du dich, Mann. Ich mach Kamera. Ja, weil ihr die Kamera so schwul habt. Ja, ich mach hoch, Bruder, sagt mir doch alles. Ja, ich weiß doch nicht. Der bückt sich, ich geh noch weiter runter. Ey, ich bin nur diesen Kameramänner wie Goran und so. Aber Goran, du weißt, du bist unfickbar. Tut mir leid, aber du wirst sehen, wenn ein M5 kommt, du bist daneben. Das ist schon einer von den langen Videos, ja. Der macht nur 1-Minute-Videos sonst. Was für 1-Minute, guck mal. Der hat schon lange kein Video von mir geguckt. Acht Minuten durchschnitt lang, in letzter Zeit. Was für ein Ding, oder? Waxana. Geht aus, du drückst drauf. Ey, guck mal, ey. Weißt du, was das aller, aller, aller Schlimmste ist? Muni hat gesagt, GoPro ist weg. Dann hab ich gesagt, wenn die GoPro gefunden hat, wenn ihr uns kennt, fick deine Mutter. Wenn du nicht kennst, nimm und... steck in deine Mutter. Ja, nein, nein, dann ist okay. Wenn uns... Aber die Leute, die sind noch... Wenn du einen gefunden hättest, einen Fremden hättest uns gegeben. Wenn ein... Bastard... und nah, nah, dings... der hätte vielleicht noch Fantaheraus abgegeben. Hier, grüß mal jemanden. Ich grüße... euch alle... aus Lamboy. Könnt man... Ach... Friedberg, Bruder. Besser wie Lamboy, ja? Alles Deutsche. Ja, ey, alles ist besser als Lamboy. Alles Deutsche, Bruder. Gibt's keinen einzigen Kanaken? Nee, ja, Katze. Ja, da sind wir ein bisschen weniger. Sechs Jahre, Bruder. Nein, da kann ich Deutschen, dann für ein Türkei von Pizza. Jetzt überall Türkei, ey, ey, alles Dickei... Aber dann sagt, ey, ich fühl mich nicht lieber... Oh, Feierabend! Feierabend, jawohl. Ich hab die Döner. Feierabend muss sein. Feierabend muss sein. Hast du gesehen denn das? Oh, City Pizza-Team. City Pizza-Team. City Pizza-Team. Sogar City Pizza hat abonniert bei Bondigast-TV. Guck mal, Geld zackert. Beste Döner von Hanau. Bei nächster Einkauf 30%, Jungs, merkt uns... Ey, warte mal! City Döner? Beste... Beste... Beste Dönerladen? Beste Keller hier. Hanau. Nicht nur Hanau-Lana, ne? Hanau, ja. Beste Dönerladen? Beste Dönerladen? Okay, wenn ich sage, der Welt geht das schon ein bisschen. Beste Dönerladen der Welt. Nein, 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 nein. In Amerika... Gibt's bessere? Hast du bessere gesehen? Ich hab in Amerika auch Kunde, ja. Hast du gegessen, hat es besser geschmeckt als City Döner? Nein. Also... City Döner, Beste Döner der Welt. Ey, warte, weg, 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 weg. Letztes Mal eine, eine Dings. Tut mir leid, aber die haben gesagt... Mama, komm mal. Die haben gesagt, City Döner macht Schweinefleisch. Tschüss, dann. Tschüss, dann. Wie können... Zwei Leute haben mir jetzt... Vor einer Woche jetzt zweimal gesagt. Wie kann das sein, dass die... Schweinefleisch... Was ist das? Das ist das Scheiße-Pappe. Genau, das ist Scheiße-Pappe. Das macht Konferenzen. In Amerika... In Los Angeles habe ich auch Kunde... Vielleicht in Amerika Schweinefleisch, aber nicht in City Döner. Genau, genau. Ich habe Kunde... Ich habe Kunde... Du bist gar Clef, nicht? Du bist als Mit Liebe ist das Warte, gesagt. Wir können auch bei Rodenbach essen. Bei Rodenbach ist es auch in der Stadt. Wir sind die Brüder von meinem Chef. Wir sind die Brüder. Wir sind die Brüder. Wo ist besser? Ich sage, okay. Gleich ist es. Aber diese ... Hannau ist Hannau. Diese du bestellst. Du kochst weg. Schon fertig. Eskiden in Fashionheim'de, da woher wir kommen. Wir kommen da woher. 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 Wir kommen dort durch Döne. Wir kommen da woher. Ich habe viele Reifen. Für Friedberg, Fäschöneien. Für Frankfurt, und Openbach. Ich habe immer her. Döne es in Amerika habe ich auch gekauft. Wenn jetzt mal jetzt hierher kommen, Hannau. Wenn die Flughafen rauskommt, wir müssen erstmal bei uns. Döne es. Aber weil du korrekt gemacht hast. In Amerika gibt es keine Döne. Nicht so wie diese. Das kann man nicht vergleichen, glaube ich. Also ähnlich. Ich kann das nicht vergleichen mit diesem ganzen Döner. Okay, dieser Dönerladen ist auch meine Arbeit, ein guter Mann. Aber wenn ich essen will, Pide, ich habe Pide noch nie... Okay, einmal Pide in der Stadt gegessen. Also Pide ist das wahrscheinlich bei euch. Nein, bei euch. Pide ist mein Mann. Pide ist mein Mann. Pide ist sein Mann. Ich schaue mich bei anderen Leuten Pide zu kaufen. Die Leute müssen gehen. City Pizza. Nein, nein, bei mir Fanta. Fanta, ja.